Heute besuche ich das Restaurant Rosengarten in Ulsdorf. Und da mache ich ein Kochduell mit Norman dem Koch. Hallo Gina, ich habe gehört, du willst immer einen Kochduell machen. Genau, ich möchte dich auch schlagen. Na, das wirst du bestimmt haben. Ab in die Küche. Auf was hättest du denn Appetit? Auf Roast Beef? Genau, aber mit Bratkartoffeln. Dann hole ich mal eins. Das schaffe ich ja gar nicht. Wir sind ja auch zu zweit. Das stimmt auch wieder. Dann putze ich jetzt mal das Fleisch. Und dann kannst du ja schon mal die Zwiebeln schneiden. Und wer als erstes fertig ist, hat gewonnen. Okay. Sag mal, möchtest du nicht langsam mal mit anfangen? Ja, ich habe dir nur einen kleinen Vorsprung gegeben. Ach so. Auf die Plätze. Fertig. Los. Öh, schon fertig? Ich gebe dir wieder einen kleinen Vorsprung. Auf die Plätze. Fertig. Los. Hä? Schon fertig? Was kannst du denn gut kochen? Gut bürgerliche Küche. So, Beispiel wie Rostbeef, Bauernfrühstück, Pannfisch, Grützwurst. Alles sowas koche ich gerne. Ihr macht hier doch alles frisch, oder? Wir machen hier immer alles frisch. Wir sind ja auch eine vernünftige Küche. So, jetzt wollen wir das Fleisch noch von jeder Seite schön anbraten. Und dann schieben wir das gleich in den Ofen. So, dass es richtig schön zart in der Mitte wird. Na? Okay. Guck mal, unser Rostbeef ist auch schon fertig. Mh, das sieht aber lecker aus. Die Bratkapoffeln liegt nur auf Ränen, weil sonst werden sie nicht so schön braun. Und sie zerbrechen hier sehr schnell. Guck mal, und da werden sie dann jetzt richtig schön krossgelb bauen. Na? Mh. So, dann kannst du, wenn du möchtest, hier draußen schon mal einen Tisch aussuchen, wo wir gleich essen werden. Ja, das mache ich gerne. Dann mal los mit dir. Hallo. Hallo, Sina. Kann ich dir hier mit helfen? Ja, ich suche einen Tisch. Komm mal mit, ich zeige dir unseren Hamburger Raum. Ja. Also, die Tische hier sind. Kein Feier am Morgen eingedeckt, aber der Tisch da ist frei, da könnt ihr essen. Mhm. So, Sina, jetzt wünsche ich dir einen guten Appetit. Ich hoffe, dass dir unser Essen schmeckt, was wir zusammen gekocht haben. Dankeschön. Wünsche ich dir auch. Dankeschön. Mh. Was ist denn das für eine Wand? Das ist unsere Trennwand, die unsere zwei Räumlichkeiten voneinander abtrennt. Ah, ich verstehe. Dann könnte da zum Beispiel eine Geburtstagsfeier sein und hier eine Hochzeitsfeier. Genau. Die Trennwand kannst du auch aufmachen. Dann sind die beiden Räume miteinander verbunden und dann passen hier bis zu ca. 100 Leute rein. Oha, ist das viel. Jetzt weiß ich auch, was das für mich als Koch bedeutet, wenn hier so viele Leute reinpassen. So, Sina, hat's dir denn geschmeckt? Ja, sehr gut. Hallo, Sina. Hallo. Du hast ja unser Kochduell gewonnen und hier ist der erste Preis, unsere selbstgemachten Torten. Die leckersten der Welt. Dankeschön, die sehen sehr lecker aus.